Road to Legend. Heute bitte ein paar Leute mit mehr Punkten. Das wäre wirklich nett, denn dann könnte man auch gut aufsteigen. Gebt mir Legenden. Gebt mir Leute mit, keine Ahnung, 2800 Punkten oder noch höher. Ich würde mich freuen. Veggie-Wurst, okay. Deutsche Namen, die fühle ich immer nicht so, weil die kennen eventuell mein Team. Und das macht es natürlich weitaus einfacher. So, aber schauen wir mal. Mammutl müssen wir auf jeden Fall loswerden. Das wäre nicht schlecht. Hier muss ich nun natürlich schilden, denn ich bin abgeschwächt. Habe ich vorhin schlecht und dann abgeschwächt gesagt? Läuft, oder? Mit den Reimen hier. Und, okay, noch ein Gleichstand. Auf 0 gehe ich ungern, aber ich glaube, das werden wir hier machen. Mammutl hat die nächste Attacke dann bei 5. Und, keine Ahnung, ich glaube, die werde ich bei Lugia abfangen. Das werden wir machen müssen. Was sagt ihr? Oder? 4 und 5. Ah, ich dachte, du wirst vielleicht abfangen. Was sind das immer für merkwürdige Sofortattacken? Was ist gerade mit den Sofortattacken? Was ist mit dem Spiel im Allgemeinen los? Hilfe! Also, meine Befürchtung war, dass er irgendwie bei Giratina oder so abfängt. Was ist... Sofortattacken, ganz verrückt. Ganz verrückt, wie alles aussieht. Aber, okay. Weltmeisterschaft... Wo kann ich mich eigentlich für die Weltmeisterschaften anmelden? Das Spiel ist in Top-Zustand. Da hätte ich echt Bock auf ein paar Weltmeisterschaften. Das sieht aus, es wäre Feuer oder ein Zweier-Move bei ihm. Das habe ich auch andauernd. So, da wird ein Zweier-Move zu einem Dreier-Move. Und so weiter. Und die Gegner... Wer sich nicht auskennt, bekommt das gar nicht mit und denkt sich, entweder man selbst ist schlecht oder der Gegner ist so schlecht und was passiert hier und was macht der und so weiter. Da müsst ihr den John fragen. Der spielt gerade... Nein, den John muss man loben. Der hat wirklich... Der hat sich beim Go-Fest ein bisschen fotografieren lassen und so. Na, aber... Das ist ein Vierer-Move bei ihm, oder? Was ist das? Hey, Veggie-Wurst, falls du Deutsch sprichst, Grüße gehen raus. Du wirst mich hassen, aber... Hier wird alles mitgenommen. Ich könnte euch immer einblenden, welche Niederlagen ich bekommen habe. Na, so... Wann war das gestern? Da war wirklich ein Top-Set. Das hätte ein 4 zu 1 werden können. Und dann einfach konnte ich die Ladetacken wieder nicht antippen. Und nein, ich hatte den Pokéball Plus nicht verbunden. Denn so ist das Leben. So ist das Leben hier in der Go-Krampf-Liga. Wunderbar. Okay, aber irgendwie... Seit ein paar Tagen echt viele Legenden auch. Und das sage ich nicht, weil es mich stört oder so, sondern ich kämpfe lieber gegen die. Mir wäre das, wie gesagt, völlig egal. Wie machen wir hier? So, ich musste mein Timing ein bisschen anpassen. Nun ist die Frage aller Fragen. Ob ich hier nicht einfach drinbleiben möchte? Ah, schade. Der drückt hier sofort. Okay, aber ich drücke dir noch einen Strom... Sto... Obwohl... Okay, keine Senkung. Mit Senkung wäre ich abgezischt. Hätte ich abgehauen. Hätte ich abgehauen. Sag mal, wäre ich abgehauen. So rum. Hätte ich abgehauen. Ich raff mein Leben nicht mehr. Okay, aber genau. Weil sollte Sackrum reinkommen, ich bin mit den Drachenruten gerüstet. Klar, Sackrum hat nur effektive Ladeattacken gegen mich, aber kein Thema. So. Ein Einäschern kommt noch an. Das heißt ja, Einäschern. Aber nicht schlimm. Flug nicht sehr effektiv. Mal schauen, ob die Gegner wieder komplett alles richtig riechen werden. Oh, geht... Oh, wenn ich Glück habe, überlebe ich das ultraknapp, wenn er auf Knirscher geht. Knick, Knirscher? Nein, okay, das überlebe ich nicht. Kreuzsonne, echt eine heftige, heftige, Attacke. Wäre ich davor schon auf Himmelsfeger gegangen, dann hätte er einfach nicht schilden müssen und hätte runtergefarmt. Aber. So. Mhm. Fünf. Und dann hat er ausgeholt. Sechs sofortattacken. Das ist nun wichtig. Wichtig, wichtig. What? What? Ich wollte die Abgrundsklinge abfangen, aber... Okay. Vier. Fünf. So, fünf. Davor hat er sechs gemacht. Einen Feuerschlag. Ähm. Ja. Ich sollte mehr mitzählen. Das ist ja furchtbar, was ich hier mache. Genau, im Gleichstand hätte ich nicht gedrückt. Ich mache noch eine, dann der Fokusstoß. Ich befürchte... Boah. Ich befürchte, meine KP-Beisation sind nicht genug, dass ich da noch eine Attacke erreiche. Oh, nö. Nö. Komm schon, kann das besiegen. Den hab ich schlecht gespielt. Da hätte ich gegen Krautin nicht einsetzen. Ich hätte nicht, das ist direkt Vorgeschlag und so weiter. Jo, okay, das war wichtig. Das war wichtig. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das war wirklich wichtig und richtig. So. Na und hier farmen wir runter. Knappe Sache. Eine knappe Sache. Was man natürlich auch nie weiß, so, wo haben die Leute Legende erreicht, in welcher Liga? Hier direkt nochmal. Weil, nur weil man dort Legende erreicht. Oh, cool. Heißt das ja nicht, dass man hier auch gut ist. Ein Rai Quasa-Outfit mit Rai Quasa wollte ich. Oh, Solga Leo. Aber schwache Verbindung. Eine schwache Verbindung. Die ist auf jeden Fall wichtig. Okay, ich habe noch nie einen Eisenschädel erlebt, glaube ich. Ja, ich bin noch nicht im Gelben. Aber nun. Also, das kann knapp werden. Dass ich hier so eine sofortattacke. Später, ja, das ist das Doofe. Das ist leider oft wirklich das Doofe. Bitte nicht Psychobeißer, okay? Was mache ich mit meinem Leben? Was mache ich nur mit meinem Leben? Das ist ja wirklich hier Psycho gegen Mondlicht. Wieso tue ich das? Wieso tue ich das? Den Schild hätte ich mir easy sparen können. Aber sowas von easy. Na gut. Ich meine, eigentlich komme ich mit Lugier auch ultra gut an gegen Rai Quasa wegen der Drachenruten. Okay. So, nun aber die Energie, bitte. Nun aber die Energie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Davor hat er auch einen Feuer-Odem und hier nun noch einen. Also, 22 Feuer-Odem. Ich mache den hier. Dann mache ich den hier. Oh, er drückt nicht. Ich hätte noch mal drücken können. Drei. Vier. Fünf. Ich glaube, der war schon bei 100 Energie nun. Aber sowas von. Also, fünf. Draco Meteor. Okay, dann ist es nun vorbei. Dann ist es nun vorbei. Ich erreiche den Luftstoß. Mich besiegt ein Eisenschädel nicht. Nach dem Draco Meteor. Und ich habe noch einen Nahkampf. Ja, nun ist es vorbei. Da kann nichts mehr passieren. Ich habe die Attacke. Ich habe ein Schild. Boah, Lugia. War das Niantic-Internet oder nicht? Mal schauen. Brauche ich noch einen Feuer-Odem oder der, der ankam, der besiegt mich? Nö, ich glaube, das war nicht Niantic-Internet. Jo. Da wird noch ein Feuer-Odem benötigt. Und er drückt noch. Ich würde den auch noch überleben. Der bräuchte drei Eisenschädel. Drei. Drei Eisenschädel. Würde man benötigen, um mich zu besiegen. Aber okay. Dann rein da mit dem Nahkampf. Nahkampf. Gut. Das Set läuft schon mal. Wenn man so einen Start hat, dann ist es natürlich ideal. Solgaleo. Aber echt interessant. Das würde ich auch gern verwenden, wenn ich die Bonbons dafür hätte. Ja. Habe ich aber nicht. Das ist mir nicht die Excel-Sonderbonbons wert. Und ich mache auch keine, keine verschiedenen gewissen Sachen. Na, vor allem die nun mit Routen auch aufgekommen sind, weil Niantic nicht programmieren kann. Aber das ist nicht schlimm. Der Name. Genial. Ja, füge mich auf die Freundesliste. Tippe einfach meinen Namen ab. Ach so. Da benötigt man ja den Code. Palkia. Palkia ist schon mal nicht schlecht. Ich habe Knudler nicht, aber das weiß sie nicht. Nein. Sag nicht Feuersturm und du bleibst drin und machst hier nervige Sachen. Okay. Nein. Einfach direkte Nassschweif. Okay. Ich kann hier auch auf Stromstoß gehen. Was wäre besser wegen, wegen Spielchen mit den Attacken? Okay. Aber ich bin schon gleich im Gelben. Obwohl da immer nur Drachenrouten reinkommen. Das ist nicht gut. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Also, den hier noch. Wenn du schillerst, dann kennen wir das Spielchen. Lugia. Wo bist du? Äh, Lugia. Okay. Vier. Fünf. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Ich drücke nicht. Dreizehn. Okay. Vierzehn. Palkia Metagross ist eine Kombi. Auf jeden Fall. Wieso sie nicht vor meinem Luftstoß drückt, weiß ich nicht. Aber in Ordnung. Oh. Brutal. Den bekomme ich wirklich oft. Sie ist bei 15. Also hier 8 weniger. Dann 7. Genau. Noch ein Sternenhieb. Okay. Nun ist sie bei 1. Ne, genau, 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 genau. Benötigt noch 6 sofort Attacken. 2. 4. Noch 3 sofort Attacken. Gut. Ich kann dann einfach runterfarmen. Ich kann nun einfach runterfarmen. Ich werde schilden. Palkia hat leider die Energie nicht ausgegeben. Aber das ist auf jeden Fall nur ein Nassschweif dann. Aber Palkia hat leider nicht ausgegeben. Und hier war es mal von Vorteil, dass der Gegner mit einem KP überlebt. Das ist auf jeden Fall kein Draco Meteor. bei Palkia. Bei Palkia. Okay. 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 Na gut. Evil Tal darf mal wieder gegen eine Fee kämpfen. Wie jedes Mal. 3. 4. Jedes Mal darf Evil Tal gegen eine Fee kämpfen. Immer. Danke dir für einen Nahkampf. Danke. Nahkampf, danke. Immer darf Evil Tal gegen eine Fee spielen. Es will ich so sehen. Immer. Immer. Und immer öfter. Ach ja. Ach ja. Komm schon. Komm schon. Das macht wenig Schaden. Und eine Standpauke besiegt dich. Nein. Die hätte besiegen müssen. Die hätte besiegen müssen. Ja. Das ist so. So ist es vorbei. Aber. Schilden hätte ich auch nicht können. Evil Tal und die Feen. Ich werde es nie verstehen. Werdet ihr es verstehen? Ich leider nicht. Ich wollte hier nicht drücken. Das war wirklich ein Versehen. Ja. Gut. Die Niederlagen sind so oft, weil Evil Tal am Ende gegen eine Fee. Wenn ich das wüsste, dann würde ich anders spielen. Dann würde ich mir Evil Tal nicht hierfür aufheben. Ei, 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 ei. Keine Ahnung. Hätte ich das anders dribbeln können? Dann rieche ich noch den Nahkampf. Dann hätte ich echt noch den Nahkampf gerochen. Aber die Drachenruten von Palkia. Das ist der Sofortattackendruck. Sofortattackendruck gegen Evil Tal ist immer so böse. Das Ding hält leider nicht viel aus. Oh. Such noch weiter runter. Such noch. Komm, gib mir 2500er oder so. Ja, genau die mit Giratina. Danke, Spiel. Such beim nächsten Mal bei 2300 oder so. Das wollen wir gleich. Ich meckere auch über Wartezeiten. Aber das ist eben das Dilemma. Weil sich keiner für PvP interessiert. Okay. Perfekt. Perfekt. Das sind dann diese Hard-Counter-Kämpfe. Da könnt ihr 700 IQ haben. Jedes Timing drauf haben. Und noch so viele Dinge machen. Da habt ihr von vornherein verloren. Da kann nicht viel passieren. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Was will ich machen? Ohne Knudler gegen Giratina. Und hier kommt ein Torgekiss. Perfekt. Jo. Das ist dann, glaube ich, dieser Algorithmus, von dem alle sprechen, oder? Weil das Spiel darf mir kein richtig positives Set erlauben, oder? Nö, 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 nö. Der muss dann sowas gefunden werden. Und deshalb auch ein paar Punkte nach unten suchen. Ja. Ich meine, ich kann hier versuchen, das gegen beide Typen nicht so effektiv. Einfach nur, dass ich einen Schild von Giratina bekomme. Einen Schild von Giratina im Gleichstand, weil der Gegner nun sieht... Okay, Moment. Hä? Wieso gehst du nicht auf Stromstoß? Naja. Und nun schildert er, weil ich Knudler habe. Im Gleichstand. Oh, yeah. Ich habe keine Attacke gesehen. Kommt schon. Mein Plan geht auf. Mein Plan geht aber sowas von auf. Schild, jawohl. Oh, es war aber kein Gleichstand. Aber der Schild, der war da. Hätte ich Stromstoß gemacht, hätte da niemand geschildert. Okay. Wieder Sofortattacken-Lag. Zwei Sofortattacken von dir kommen mit einer an von mir. Perfekt. Welt... Wie nochmal? Weltmeisterschaften, glaube ich, oder? So nennt man das. Genau, das sind die Weltmeisterschaften. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Na gut. Die Weltmeisterschaften schenken mir immer Drachenrouten. Und... Dann schauen wir mal. Was kann da noch hinten drin sein gegen... Was ich gewinnen könnte? Ein Stahlobor. Komm schon, das ist doch das Team. Giratina Stahlobor. Oder? Das ist doch das Hard-Counter-Team, welches man sich hier so... Welches sich der Algorithmus rausgesucht hat. Sodass ich wirklich null Chance habe, egal wo ich reingehe. Ich will nur dein letztes Pokémon noch sehen. Komm schon. Ah ja. Gute Nacht. Jo. Das sind leider die Niederlagen. Giratina-Doppelfee, Demeteros-Doppelfee. Vorbei. Ich weiß nicht. Ich glaube, so kann das nichts werden. Wenn das wirklich überhand nimmt... Dann kann das nichts mehr werden. Hoch. Neun Punkte. 17 runter und neun rauf. 17 runter. Neun rauf. Für gleich viel. Genau. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Boop. 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 Boop.